Frage ist Und ein Willkommen zurück Ja, äh, ich weiß auch nicht gerade Hat mein Computer sich gesagt Ey, hergern wir mal einen Schröti Und kappen mal seine Festplatten Nja So ein Scheiß, deswegen wurde die Aufnahme gerade abgebrochen Auch Ich wollte nämlich gerade ins Inventar Um mal zu gucken, äh, was man mit diesen ganzen eingesammelten Gegenständen machen kann Da kam eine Fehlermeldung und dann war auf einmal die Festplatten weg What? Whatever Ich hab keine Ahnung, wieso, weshalb, warum War jedenfalls gerade so Ähm Deswegen versuche ich jetzt mal nicht ins Inventar zu gehen Das können wir denn nachher machen Verdammt Warte mal, ich kann doch Bist du doch hier so, so, so Oder war das hier Ach, hier war verbaut, okay Ähm Ach man Jetzt hab ich mir das da so schön verbaut, weil ich zuerst hier rü- Boah Hallo Bist man da so, so, so Verdammt Ich komm nicht an die Kiste rein, die ich da hab Warte mal Aber in meinem anderen Fall Komm ich hier irgendwie hoch? Äh Verdammt Warum? Warum? Was ist das? verdammt krieg ich denn hier ich glaube zwar nicht dass das jetzt mein plan klappt den ich vor habe aber ich kann es nur aus ja gibt mir noch eine kleine du arsch soll ich will mich versuchen das problem ist ich komme dann auch nicht durch das ist doch doof warte mal warte mal warte mal ich kann nur eins probieren da ist so die kiste da so ein bisschen wegschieben kann konnte werden wir ja 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 sie gut aus sie gut aus das ist auch das ist auch exzellent so jetzt so wollen wir mal gucken dass wir das hier wieder zurecht basteln ist nämlich gerade gerade eben nämlich zurecht gebastelt gehabt da hat man es einmal hingekriegt gibt es kriegt man sich melden ist ja auch kacke wenn du große das ist die größte das ist nämlich die planke man bleibt doch jetzt mal da unglaublich was die planken alle zu mit dem machen so jetzt war da war da so war nämlich nämlich nur millimeter so da hier wahrscheinlich wieder irgendwelche spinnen rumflattern ne flattern nicht zack ich habe nämlich übrigens jetzt einen neuen trick wie waren wie waren solche tränke reinkommen nein doch da so weiter geholt dachte schon wir können hier nicht von oben runter stoßen na komm jetzt aber man warum gibt es doch nicht alter junge junge bleibt doch mal geht doch ja geht doch ein fucking schritt zu weit es gibt's es gibt's doch nicht es gibt's doch nicht es gibt's doch nicht blödes es war jetzt ein zauberer wo waren wo waren das letzte teil kriegen wir einen zauberer wieder da oh ein schöner regenbogen sehe ich jetzt erst warte mal warte mal kriegen wir von der brücke bis zum ding so ne planke ist ja nur dass wir über die schlucht kommen so jetzt müssen wir kurz gucken der geht runter geht wieder hoch pf na halleluja nn nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnn Na komm mal ran auf den Meter! Na komm! Bleibt doch da, ist mir doch egal Du verdammt! Aber ich hab den! Ich hab den Trank! Der sah so vergiftet aus, der Fluss Was zur Hölle? Die Kamera hat sich komisch gedreht Sehr schnell herein Eingeleitet durch die Macht des Bösen Es war nur eine Frage der Zeit Bevor das Unvermeidliche passieren würde Aber bislang war der Wald stärker Als seine Eindringlinge Vielleicht, weil die Artefakte In der Nähe erschaffen wurden Es gab noch Hoffnung Schattendorn-Dickicht! Geil! Sieht genauso aus wie der Wald Das stimmt, Ritter Das stimmt Öffne Fähigkeitsmenü Ja, ja Hier Wir haben Fähigkeiten Wir haben 2, 1 und 3 Geil Also 1, 2 und 3 Hier können wir das Schild verbessern Bei unserer Bezaubernden Können wir Erlaubt Diebe noch schneller zu laden Oder wir verschießen Verschießt Vergrößert den Feuerschaden Das ist Entweder schneller laden oder Komm, wir machen schneller laden Bei Ähmchen können wir eh nichts machen Da brauchen wir 3 Was? Was ist das denn hier? Alter Was bringt mir das? Nein Eigentlich hat mir das gar nichts gebracht Sag mal Ich spielte die mit echt wenig, wa? Ich werd mir grad so nebenbei Sag mal ein bisschen Zauberer Das klappt bestimmt nicht so, wie ich das will Oh Klappt Wird es? Was war das? Honda okay wir müssen da hoch das ist das ding wir müssen da hoch hallo nein das kann jetzt lange dauern Dies kann so lange dauern, nicht da. So? Man! Oh, da oben ist ne Truhe? What the fuck? Was will ich denn da oben hinkommen? So. Ein Lichtprisma. Wie gesagt, wir gucken nachher zum Ende der Aufnahme. So. Hä? Hier sind Steine. Okay. Hier ist doch nichts weiter. Ah. Alter. Ich weiß nicht ob ihr genauso viel seht, aber ich glaube dafür ist das Licht Prisma gemacht, oder? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.